Herzlich Willkommen bei Seine 20 BAU TV. Meine Filmerkollegen haben ja schon fleißig hier mit der Kamera drauf gehalten, aber ich komme gerade zurück und wollte auch mal ein bisschen mitspielen. Ist zwar Samstagabend und Feierabend, aber wir können trotzdem mal die Kamera laufen lassen. Wer sich noch erinnert, das war mal dieser massive Schacht, der bis zum Bahnhof das Dach ging, und jetzt ziemlich weit abgeknabbert ist. Die Wand von Leipzig sind ganz angenehm. Die Wand von Leipzig ist in den Wingsanträgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!